Mitgefühl – die Grundlage für menschliches Glück Ich denke, jeder Mensch hat die Auffassung von einem innewohnenden Ich, einem Ich, das irgendwie in ihm existiert. Wir können nicht erklären, warum wir diese Empfindung haben, aber sie ist da. Diese Auffassung bringt den Wunsch nach Glück und eine Abneigung gegen Leid mit sich. Das ist völlig legitim. Wir haben das Recht, so glücklich wie möglich zu sein und so wenig Leid wie möglich erfahren zu müssen. Die ganze Geschichte der Menschheit hat sich auf der Grundlage dieser Auffassung entwickelt. Aber dieses Streben ist nicht auf menschliche Wesen beschränkt. Aus buddhistischer Sicht werden auch die kleinsten Insekten von dem gleichen Wunsch getrieben. Auch die versuchen, ihren Fähigkeiten entsprechend Glück zu erfahren und Leid zu vermeiden. Aufgrund der menschlichen Intelligenz gibt es allerdings einige gravierende Unterschiede zwischen der Gattung Mensch und anderen Tiergattungen. Wir sind fortgeschrittenere Wesen und als solche besitzen wir größere Fähigkeiten. Wir sind in der Lage, weit in die Zukunft hinein zu planen. Und unser Erinnerungsvermögen ist groß genug, um uns viele Jahre zurückzuerinnern. Wir besitzen mündliche und schriftliche Traditionen, die uns an längst vergangene Ereignisse erinnern. Dank der wissenschaftlichen Möglichkeiten können wir sogar Ereignisse untersuchen, die sich vor Jahrmillionen zugetragen haben. So sind wir durch diese Intelligenz einerseits sehr gescheit. Aber genau deswegen zweifeln wir auch mehr, sind misstrauischer und haben infolgedessen auch mehr Ängste. Ich denke, Vorstellungen der Angst sind in Menschen viel stärker ausgeprägt als in Tieren. Dazu kommen noch die vielen Konflikte innerhalb der menschlichen Gemeinschaft, innerhalb der eigenen Familie, ganz zu schweigen von den Konflikten innerhalb von Gruppierungen und zwischen Nationen und natürlich den Konflikten, die jeder Einzelne in sich trägt. All diese Konflikte und Widersprüche entstehen aus den unterschiedlichen Ansichten und Gedanken, die unsere Intelligenz mit sich bringt. Leider kann Intelligenz auch sehr unglückliche Geisteszustände erzeugen. So gesehen wird sie zu einer weiteren Quelle menschlichen Leids. Trotzdem ist sie gleichzeitig das Instrument, mit dem wir unsere Konflikte und Differenzen überwinden können. Das denke ich jedenfalls. Von allen Spezies, die diesen Planeten bevölkern, ist der Mensch der schlimmste Unruhestifter. Das ist nicht zu übersehen. Gäbe es keine Menschen mehr, wäre es um die Sicherheit unseres Planeten besser bestellt. Zweifellos würden Millionen von Fischen, Hühnern und anderen Kleintieren eine echte Befreiung erfahren. Die menschliche Intelligenz muss also konstruktiv eingesetzt werden. Das ist der Schlüssel. Wenn wir ihre Möglichkeiten richtig einsetzen würden, würden die Menschen sich nicht nur untereinander, sondern auch dem Planeten weniger Schaden zufügen. Ebenso wäre jeder Einzelne glücklicher. Es liegt ganz in unserer Hand. Es ist uns überlassen, ob wir unsere Intelligenz richtig oder falsch einsetzen. Niemand kann uns seine Werte aufzwingen. Wie können wir lernen, unsere Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen? Als erstes müssen wir unsere eigene Natur verstehen. Und wenn es uns dann nicht an Entschlossenheit mangelt, besteht die echte Möglichkeit, das menschliche Herz zu verwandeln. Vor diesem Hintergrund werde ich heute darüber sprechen, wie jeder Einzelne Glück erfahren kann, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Einzelne eine Schlüsselfunktion für das Ganze hat. Damit in einer Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft eine Veränderung stattfinden kann, muss der Einzelne Initiative zeigen. Kann der Einzelne ruhig, friedlich und wohlwollend werden, bringt es automatisch eine positive Atmosphäre in die Familie. Wenn die Eltern warmherzig, friedlich und ausgeglichen sind, entwickeln die Kinder in der Regel die gleiche Einstellung, das gleiche Verhalten. Das Problematische an unseren Einstellungen ist, dass sie oft von äußeren Faktoren gestört werden. Es ist daher nötig, solche äußeren Schwierigkeiten zu beseitigen. Die uns umgebenden Verhältnisse sind ein wichtiger Faktor für eine glückliche geistige Verfassung, aber noch wichtiger ist die eigene geistige Einstellung. Die äußere Umgebung mag unfreundlich, vielleicht sogar feindselig sein. Mit einer korrekten geistigen Einstellung wird diese Situation den Frieden im eigenen Geist nicht stören. Ist die Einstellung aber nicht korrekt, kann man von Freunden umgeben sein, die besten Möglichkeiten und Vorteile mögen einem offen stehen, man wird nicht glücklich sein können. Dies zeigt, dass die geistige Einstellung wichtiger ist als äußere Umstände. Trotzdem scheinen die meisten Menschen sich mehr um die äußeren Umstände zu kümmern, während sie ihre innere Einstellung vernachlässigen. Mein Vorschlag wäre, dass wir mehr auf unsere inneren Qualitäten achten. Es gibt viele Eigenschaften, die für inneren Frieden wichtig sind, aber aus meiner eigenen, wenn auch geringen Erfahrung, glaube ich, sagen zu können, dass menschliches Mitgefühl und Zuneigung, das Gefühl, dass man sich kümmert, die wichtigsten Faktoren sind. Was ist unter Mitgefühl zu verstehen? Für gewöhnlich erstreckt sich unsere Vorstellung vom Mitgefühl oder Liebe auf das Gefühl der Verbundenheit mit unseren Freunden und den wenigen anderen, die uns lieb sind. Manchmal ist unser Mitgefühl auch mit Mitleid vermischt. Das ist ein Fehler. Jede Liebe und jedes Mitgefühl, das in irgendeiner Weise auf andere herabschaut, ist kein echtes Mitgefühl. Um echt zu sein, muss Mitgefühl von Respekt für den anderen geprägt sein, und es muss auf der Einsicht beruhen, dass andere das gleiche Recht haben, glücklich zu sein und nicht zu leiden wie man selbst. Da man das Leid der anderen sehen kann, entwickelt man eine ehrliche Sorge um sie. Die Verbundenheit mit unseren Freunden, die wir empfinden, ist für gewöhnlich mehr Anhaftung als Mitgefühl. Echtes Mitgefühl ist unparteiisch, es kennt keine Vorurteile. Wenn wir ausschließlich unseren Freunden gegenüber Nähe empfinden, nicht aber gegenüber schwierigen Personen oder Feinden oder den unzähligen Menschen, die uns persönlich unbekannt und gleichgültig sind, dann ist unser Mitgefühl parteiisch. Wie ich schon sagte, basiert echtes Mitgefühl auf der Einsicht, dass andere das gleiche Recht darauf haben, glücklich zu sein wie man selbst. Der andere, den wir als Feind betrachten, ist ein Mensch wie wir, der ebenfalls glücklich sein möchte, genauso wie wir. Er hat das gleiche Anrecht darauf wie wir. Wenn man davon ausgehend eine ehrliche Sorge entwickelt, die sich ausnahmslos auf alle Wesen erstreckt, egal, ob die Einstellung des anderen einem selbst gegenüber freundlich oder feindselig ist, wird das als Mitgefühl bezeichnet. Ein Aspekt dieses Mitgefühls ist aktives Verantwortungsbewusstsein. Aus einer solchen Motivation entsteht ein gesundes, angstfreies Selbstvertrauen, das unserer Entschlossenheit förderlich ist. Ist man von Anfang an wirklich entschlossen, eine schwierige Aufgabe zu Ende zu bringen, ist es unwichtig, ob man einmal, zweimal oder dreimal scheitert. Das Ziel steht einem klar vor Augen, also lässt man in seinen Anstrengungen nicht nach. Eine solche optimistische, entschiedene Einstellung ist ein Schlüsselfaktor für Erfolg. Mitgefühl verleiht uns auch innere Kraft. Ist es erst einmal entwickelt, öffnet sich eine Tür im eigenen Inneren, durch die wir uns mit unseren Mitmenschen und selbst mit anderen Wesen von Herz zu Herz leicht verständigen können. Hegen wir dagegen Hass und andere böse Gefühle, empfinden die anderen uns gegenüber vielleicht ebenso. Das Ergebnis sind Misstrauen und Furcht, die eine Kluft zwischen uns schaffen und die Verständigung erschweren. Man fühlt sich einsam und isoliert. Sicher werden nicht alle uns gegenüber eine negative Einstellung hegen, aber bei einigen ist es sicher der Fall. Der Grund dafür liegt in unseren eigenen Gefühlen. Anderen gegenüber negative Gefühle zu hegen und dennoch zu erwarten, dass man freundlich behandelt wird, ist unlogisch. Wenn wir von einer freundlichen Atmosphäre umgeben sein wollen, müssen wir zuerst einmal die Grundlage dafür schaffen. Ob die anderen dann darauf positiv oder negativ reagieren, ist zweitrangig. Wir müssen den Boden für Freundlichkeit bereiten. Reagieren die anderen negativ darauf, dann haben wir das Recht, uns entsprechend zu verhalten. Immer wenn ich mit Menschen zu tun habe, versuche ich, mich so zu verhalten. Eigentlich braucht es keine offizielle Vorstellung bei einer ersten Begegnung mit einer Person, die ich noch nicht kenne. Ganz offensichtlich ist der andere ein Mensch. In der Zukunft wird man vielleicht Roboter mit Menschen verwechseln können, aber im Augenblick besteht diese Gefahr nicht. Ich sehe ein Lächeln, ein paar Zähne und Augen und weiß, da ist ein anderes menschliches Wesen. Wir gleichen uns emotional. Und auch was die körperlichen Merkmale angeht, sind wir uns ähnlich. Manchmal mit Ausnahme der Farbe. Ob die Menschen im Westen nun aber gelbes, blaues oder weißes Haar haben, ist ziemlich unwichtig. Was zählt ist, dass wir uns auf der emotionalen Ebene gleichen. Dadurch empfinde ich den anderen wie einen Bruder und begegne ihm spontan. In den meisten Fällen reagiert der andere ähnlich und wird zum Freund. Manchmal gelingt es mir nicht. Und dann habe ich die Freiheit, den Umständen entsprechend zu handeln. Grundsätzlich sollten wir einander in aller Offenheit begegnen. Der andere ist ein Mensch wie wir selbst. Es gibt gar nicht so viele Unterschiede zwischen uns. Mitgefühl schafft ganz natürlich eine positive Atmosphäre, in der man frei von Aggressionen und zufrieden ist. An einem Ort, an dem eine mitfühlende Person lebt, herrscht immer eine angenehme Atmosphäre, sodass sogar Tiere sich furchtlos nähern. Vor etwa 50 Jahren hielt ich einige Vögel im Norbulinka, dem Sommerpalast in Lhasa. Unter ihnen war ein kleiner Papagei. Zu jener Zeit hatte ich einen schon etwas älteren Betreuer, der mit seinen runden, strengen Augen ein wenig unfreundlich wirkte. Er fütterte die Vögel immer mit Nüssen. Schon beim Klang seiner Schritte oder sogar, wenn er hustete, wurde der Papagei immer ganz aufgeregt. Dieser Mann war zu dem kleinen Vogel außergewöhnlich freundlich, und der Papagei reagierte mit außergewöhnlicher Zuneigung darauf. Ein paar Mal gab auch ich ihm Nüsse, aber mir gegenüber zeigte er nie die gleiche Zuneigung. Manchmal versuchte ich, ihn mit einem kleinen Stöckchen zu animieren, in der Hoffnung, dass er dann anders reagieren würde. Aber das Ergebnis blieb negativ. Ich wollte etwas erzwingen, und der Vogel reagierte nicht. Wenn man sich echte Freunde wünscht, sollte man also zuerst eine angenehme Atmosphäre erzeugen. Wir sind Gemeinschaftswesen, und Freunde sind wichtig. Wie bringt man Menschen zum Lachen? Wohl kaum, wenn man sich wie ein Stein benimmt und voller Misstrauen ist. Vielleicht schenken einem ein paar Leute ein künstliches Lächeln, wenn man reich ist oder Einfluss hat, aber ein echtes Lächeln kommt nur aus echtem Mitgefühl. Die Frage ist also, wie man Mitgefühl entwickelt. Können wir wirklich ein vollkommen vorurteilsfreies, unparteiisches Mitgefühl entwickeln? Die Antwort darauf ist ein eindeutiges Ja. Obwohl früher und auch heutzutage vielfach die Ansicht vorherrscht, der Mensch sei von Natur aus aggressiv, denke ich, dass er sanft und gütig ist. Diesen Punkt wollen wir kurz betrachten. Zum Zeitpunkt der Empfängnis und solange wir uns in der Gebärmutter befinden, ist die geistige Einstellung unserer Mutter ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung. Ist ihr Geist friedlich und voller Mitgefühl, hat das eine positive Wirkung. Macht sie sich Sorgen, schadet es uns. Und das ist erst der Anfang des Lebens. Der Geisteszustand der Eltern zum Zeitpunkt der Empfängnis ist also bereits wichtig. Wird ein Kind zum Beispiel durch eine Vergewaltigung gezeugt, so ist es ungewollt, und das ist etwas ganz Schreckliches. Eine Empfängnis sollte in der richtigen Art und Weise stattfinden, in ehrlicher Liebe und gegenseitigem Respekt, nicht in wilder Leidenschaft. Auch eine beiläufige Affäre ist nicht passend. Die beiden Partner sollten sich sehr gut kennen und einander respektieren. Das ist die Grundlage für eine gute Ehe. Die Ehe selbst sollte ein Leben lang andauern oder wenigstens so lange wie möglich. Dann ist die Situation geeignet, um ein Leben zu beginnen. Wir wissen, dass das Gehirn des Kindes in den Wochen nach der Geburt weiter wächst. Und Experten zufolge ist in dieser Zeit physischer Kontakt für die weitere ungestörte Entwicklung des Gehirns von entscheidender Bedeutung. Auch daran sehen wir, wie wichtig die Zuneigung anderer schon allein für das Wachstum unseres Körpers ist. Nach der Geburt ist eine der ersten Handlungen der Mutter, dem Neugeborenen Milch zu geben. Und eine der ersten Handlungen des Neugeborenen ist es, zu saugen und zu trinken. Milch ist oft ein Symbol für Mitgefühl. Ohne Milch kann ein Kind normalerweise nicht überleben. Durch das Trinken entsteht zwischen Mutter und Säugling ein Gefühl der Nähe. Wenn dieses Gefühl fehlt, wird der Säugling die Brust der Mutter nicht suchen. Und wenn die Mutter dem Kind gegenüber Abneigung empfindet, wird sie nicht genügend Milch haben. Die Zuneigung der Mutter bewirkt, dass ihre Milch fließt. Die erste Handlung unseres Lebens, das Trinken der Muttermilch, ist somit ein Symbol für Zuneigung. Daran werde ich immer erinnert, wenn ich eine Kirche besuche und Darstellungen von Maria mit ihrem Kind Jesus im Arm sehe. Diese Darstellungen sind für mich ein Symbol der Liebe und der Zuneigung. Man hat herausgefunden, dass Kinder aus liebevollen Familien sich körperlich gesünder entwickeln und in der Schule besser lernen als Kinder, die keine menschliche Zuneigung erfahren. Die physische und geistige Entwicklung solcher Kinder gestaltet sich weitaus schwieriger. Sie tun sich auch als Erwachsene schwer, Zuneigung zum Ausdruck zu bringen. Das ist wirklich tragisch. Beschäftigen wir uns kurz mit dem letzten Augenblick unseres Lebens, mit dem Tod, dann sehen wir, dass es sogar zum Zeitpunkt des Todes den Geist einer sterbenden Person beruhigen kann, wenn sie sich von Freunden umgeben weiß, obwohl sie keinen direkten Nutzen mehr daraus ziehen kann. So spielt Zuneigung vom Anfang unseres Lebens bis zum Ende eine sehr wichtige Rolle. Zuneigung macht den Geist nicht nur friedfertiger und ruhiger, sie hat auch auf den Körper einen positiven Einfluss, während Hass, Eifersucht und Angst den Frieden unseres Geistes stören und so auch dem Körper schaden. Sogar unser Körper braucht inneren Frieden. Unruhe verträgt er schlecht. Das zeigt, dass eine Wertschätzung für inneren Frieden uns gewissermaßen schon im Blut liegt. Obwohl auch die aggressive Seite Teil unserer Natur ist, behaupte ich dennoch, dass Zuneigung die bestimmende Kraft im Leben ist. Sie ermöglicht es uns, das grundlegend Gute unserer Natur zu stärken. Dem, was Mitgefühl wirklich bedeutet, kann man sich auch intellektuell annähern. Wenn ich einer anderen Person helfe und ihr zeige, dass sie mir nicht gleichgültig ist, werde ich selbst davon profitieren. Schade ich anderen, werde ich selbst schließlich den Schaden davontragen. Ich sage oft, halb im Spaß, halb im Ernst, dass wir wenigstens kluge Egoisten sein sollten und keine Dummen, wenn wir schon egoistisch sind. Wir sollten unsere Intelligenz nutzen, sie richtig gebrauchen, um unsere Einstellung zu korrigieren und einzusehen, dass wir durch eine mitfühlende Lebensweise auch unsere eigenen Interessen wahrnehmen können. In gewisser Weise könnte man sogar sagen, dass Mitgefühl ultimative Selbstsucht ist. Aber in diesem Zusammenhang ist Selbstsucht nichts Verkehrtes. Sich selbst zu lieben ist wichtig. Wenn wir uns selbst nicht mögen, wie können wir dann andere lieben? Manchmal reden Leute über Mitgefühl und erwecken den Eindruck, als würde Mitgefühl bedeuten, dass man die eigenen Interessen vollständig ignoriert, als müsste man sie wie ein großes Opfer aufgeben. Das ist nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, sollte echte Liebe die eigene Person mit einbeziehen. Es gibt zwei Arten von Selbstgefühl. Das eine zögert nicht, anderen Schaden zuzufügen, ist somit negativ und erzeugt nichts als Schwierigkeiten. Das andere basiert auf Entschlossenheit, Willen, Stärke und Selbstvertrauen. Und dieses Ich-Gefühl, dieses Selbstvertrauen brauchen wir, um die Aufgaben, die sich uns im Leben stellen, zu bewältigen. Ähnlich gibt es auch zwei Arten von Begierde. Hass dagegen ist immer nur negativ und zerstört jegliche Harmonie. Wie gewöhnlich geht dem Hass Ärger voraus. Ärger ist eine emotionale Reaktion, die allmählich zu Hass wird. Um Hass abzuschwächen, sollte man sich vor Augen führen, wie negativ Ärger ist. Viele Menschen denken, dass Ärger ein Teil von uns ist, den man ausdrücken muss. Aber das ist ein Trugschluss. Vielleicht grollen sie jemanden oder verspüren wegen vergangener Ereignisse einen Unwillen. Möglicherweise fühlen sie sich besser, wenn sie diesen Ärger ausdrücken. Aber im Allgemeinen ist es ratsamer, Ärger zu kontrollieren, denn dann wird er allmählich abnehmen. Das gelingt meiner Erfahrung nach am besten, wenn man sich vor Augen führt, dass Ärger etwas Negatives ist und dass man ohne ihn besser fährt. Diese Einstellung allein wird bereits einen großen Unterschied machen. Immer wenn Ärger entsteht, können sie sich darin üben, das Objekt ihres Ärgers in einem anderen Licht zu sehen. Jede Person, jeder Umstand, der Ärger verursacht, ist im Grunde genommen relativ. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt macht es sie wütend. Unter einem anderen stellt man vielleicht ein paar positive Aspekte daran fest. Die Tibeter haben zum Beispiel ihr Land verloren und sind Flüchtlinge geworden. So betrachtet könnten wir Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit empfinden. Aber der gleiche Umstand hat neue Möglichkeiten eröffnet, hat Begegnungen mit anderen Menschen und deren Religionen ermöglicht und so weiter. Eine flexiblere Sicht der Dinge zu entwickeln hilft uns, auch eine ausgeglichenere geistige Einstellung zu entwickeln. Das ist eine Methode. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn man krank ist, wird das Gefühl der eigenen Ohnmacht immer schlimmer, je mehr man über die Krankheit nachdenkt. Hier sollte man sich überlegen, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Dass man eine andere, viel schlimmere Krankheit haben könnte. Sich vor Augen zu führen, dass alles tatsächlich viel schlimmer sein könnte, ist sehr tröstlich. Auch bei dieser Methode schult man sich darin, die eigene Situation zu relativieren. Verglichen mit einer viel schlimmeren Situation verliert sie sofort am Gewicht. Ähnlich verhält es sich mit anderen auftretenden Schwierigkeiten. Sie mögen enorm erscheinen, solange man sich in sie verbohrt. Aber wenn man das gleiche Problem mit etwas Abstand betrachtet, sieht es schon kleiner aus. Mit Hilfe dieser Methoden, wie auch durch das Entwickeln einer umfassenden Sichtweise, kann man jede schwierige Situation entschärfen. Man sieht, es bedarf einer kontinuierlichen Anstrengung. Aber diese hat zur Folge, dass ihr Ärger abnimmt, ihr Mitgefühl gestärkt und ihr positives Potenzial vermehrt wird. Die Kombination beider kann eine negative Person in eine positive verwandeln. Das sind die Methoden, die wir anwenden, um die Umwandlung zu bewirken. Wenn man darüber hinaus Vertrauen in eine Religion hat, ist es nützlich, diese Eigenschaften zu schulen und zu entwickeln. Die Evangelien lehren uns beispielsweise, die andere Wange hinzuhalten. Das ist eine klare Anweisung, Toleranz zu üben. Für mich liegt die Botschaft der Evangelien darin, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, weil wir Gott lieben. Ich denke, das bedeutet, dass unsere Liebe grenzenlos sein sollte. Solche religiösen Unterweisungen haben eine große Wirkung. Sie stärken und erweitern unsere guten Eigenschaften. Und im Buddhismus gibt es sehr genaue Anweisungen. Zuerst versuchen wir, allen Wesen gegenüber eine gleiche Einstellung zu entwickeln. Dann denken wir darüber nach, dass das Leben der anderen Wesen genauso kostbar ist wie unser eigenes und entwickeln so eine gewisse Sorge um die anderen. Was ist mit einer Person, die sich zu keiner Religion bekennt? Jeder Einzelne hat das Recht, einer Religion zu folgen oder nicht. Es ist durchaus möglich, ohne eine Religion zurechtzukommen und in manchen Fällen macht es das Leben sogar leichter. Aber auch, wenn man gar kein Interesse an Religionen hat, sollte man dennoch den Wert positiver menschlicher Eigenschaften nicht vergessen. Solange wir menschliche Wesen und Mitglieder der menschlichen Gesellschaft sind, brauchen wir menschliches Mitgefühl, sonst wird es uns nicht gelingen, glücklich zu sein. Da wir alle glücklich sein wollen und möchten, dass auch unsere Freunde und Familien glücklich sind, müssen wir Mitgefühl und Zuneigung entwickeln. Es gibt zwei Ebenen der Spiritualität, die zu unterscheiden wichtig ist. Religiöse Spiritualität und nicht-religiöse Spiritualität. Mit der zuletzt genannten versuchen wir einfach, ein guter Mensch zu sein. Ein Mensch mit einem guten Herzen. Auch sollten wir daran denken, dass aus einer Einstellung des Mitgefühls heraus automatisch Gewaltlosigkeit resultiert. Gewaltlosigkeit ist keine diplomatische Vokabel, sondern Mitgefühl in Aktion. Wenn man Hass in sich hegt, sind die eigenen Handlungen oft gewalttätig, während aus einem Herzen voller Mitgefühl gewaltloser Handlungen entspringen. Solange es Menschen gibt, wird es auf dieser Erde Streit und Konflikte geben. Das ist sicher. Wenn wir uns der Gewalt bedienen, um Streitereien und Konflikte zu schlichten, müssen wir täglich mit Gewalt rechnen. Und das Ergebnis ist schrecklich. Außerdem ist es ohnehin unmöglich, Streit durch Gewalt zu beseitigen. Gewalt erzeugt nur noch mehr Ablehnung und Unzufriedenheit. Gewaltlosigkeit bedeutet Dialog. Man spricht miteinander, um sich verständlich zu machen. Dialog bedeutet Kompromissbereitschaft in einem Geist der Versöhnung. Das heißt, man hört dem anderen zu und respektiert seine Ansichten und Rechte. Es gibt keinen hundertprozentigen Gewinner und keinen hundertprozentigen Verlierer. Es ist eine äußerst praktische Herangehensweise, ja man kann sogar sagen, die einzig wirklich nützliche. In unserer Zeit wird die Welt sehr schnell immer kleiner und Auffassungen wie wir und sie sind veraltet. Würden unsere Interessen unabhängig von denen der anderen existieren, dann wäre es möglich, von einem echten Sieger und einem echten Verlierer zu sprechen. Aber da wir in Wirklichkeit alle voneinander abhängig sind, sind die Interessen der anderen sehr eng mit unseren eigenen verknüpft. Wie sollte man da einen hundertprozentigen Sieg erwarten können? Wir müssen teilen und jeder muss etwas aufgeben, manchmal mehr, manchmal weniger. Sonst gibt es keine Versöhnung. Wir müssen lernen, so zu denken. Das ist die Forderung der Wirklichkeit unserer heutigen Welt. Es ist auch die Grundlage meiner eigenen Vorgehensweise, die ich den mittleren Weg nenne. Die Tibeter werden keinen hundertprozentigen Sieger ringen können, denn ob es uns gefällt oder nicht, die Zukunft Tibets hängt in großem Maß von China ab. In einem versöhnlichen Geist befürworte ich daher eine Aufteilung der Interessen, damit ein echter Fortschritt möglich wird. Kompromissbereitschaft ist der einzig gangbare Weg. Durch gewaltlose Methoden können wir die Rechte, Ansichten und Gefühle der anderen teilen und so können wir das Problem auch lösen. Ich nenne das 20. Jahrhundert manchmal ein Jahrhundert des Blutvergießens. Es hat in diesem Jahrhundert mehr Konflikte, mehr Blutvergießen und mehr Waffen als jemals zuvor gegeben. Auf der Grundlage aller Erfahrungen, die wir in diesem Jahrhundert gemacht und aus denen wir gelernt haben, sollten wir das kommende Jahrhundert zu einem Jahrhundert des Dialogs machen. Der Grundsatz der Gewaltlosigkeit sollte überall Anwendung finden. Das kann nicht dadurch erreicht werden, dass wir hier sitzen und beten. Es bedeutet Arbeit, Anstrengung und noch mehr Anstrengung. Ich danke Ihnen. Anstrengung Untertitelung. BR 2018